Er ist wahr, dass Jesus stark für mich und wüsste meine Schuld dass Gottes Sohn am Kreuz verblickt und wundersam erholt An dem Kreuz, an dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge wart aufgetan denn ins Herzen ließ ich den Heiland ein Oseana, nun ist der Friede mein Trug meine Söhne, das Gotteslamm gab mir sein Schmerzenschrei dann seh ich es am Kreuz was Gottes Liebe sah an dem Kreuz, an dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge wart aufgetan denn ins Herzen ließ ich den Heiland ein Oseana, nun ist der Friede mein die Schuld mit Tränen heilen kann ich knied die Zahlen an Herr Jesu, nehm ich selber an es ist alles, was ich hab an dem Kreuz, an dem Kreuz an dem Kreuz, an dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge wart aufgetan denn ins Herzen ließ ich den Heiland ein Oseana, nun ist der Friede mein Juch mal, dass Jesus starb für mich und büste meine Schuld das Gottes Sohn am Kreuz verblickt O wundersame Hut an dem Kreuz, an dem Kreuz an dem Kreuz, an dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge wart aufgetan denn ins Herzen ließ ich den Heiland ein Oseana, nun ist der Friede mein Oseana, nun ist der Friede mein So, meine Klaus, wir wollen von den Klienbästchen ans Leben bekeken wir wollen von dir alle in den Bildern stellen in den Bildern stellen in den Bildern sollen wir alle werden von dir du hast die nennen gemult oder meine nennen gemult wir sollen alle in den Bildern wir wollen das Bild von dir besonders in den Klienbästchen betrachten zu sagen und wollen die Staub von dem Bild wir leben da und ich glaube, wir wollen sehr besonderes durchfangen wir wollen also mit dem Nummer 1 anfangen Nummer 1 ganz klein mit dem Doel das hier alle geholfen das ist eine Hot-Maschine vielleicht die Nummer schon im Doel gehen da und hast dich leer und hecht und ich will hier von Nummer 1 anfangen und hier wollen wir sagen das ist unser Leben und unser unbekehrendes Leben wo wir noch nicht uns bekehren haben wo wir noch nicht das Christusgehirn haben wir wollen auf Nummer 1 klienbästchen damit nennen was wir an das Leben bedeuten und wo wir uns an das Leben denken ich will vielleicht nicht so viel Bibelfahrtchen lesen aber ich will ein paar ich denke immer, dass wir in der Klaus haben und gleich wieder mit der Bibel zu bestärken wo wir reden wollen dass es eine Worte ist und dass es von der Bibel kommt wenn wir wollen in Römer Kapitel 7 Vers 5 du sagst Paul, dass es das ist solange wir anbekehrt am Fleisch werden wie wir an der sündliche Leidenschaft durch das Gesetz gerät in unsere Glieder und die Arbeit Frucht zu drehen und dir zum Daut führt so Paul ist er hier so klar erklärt solange wir anbekehrt werden dann wollen wir und diese Arbeit Frucht zu drehen und dir zum Daut führen so das meint in uns sündliches Leben und sündliche Natur was tun wir noch wir wollen auf Titus Kapitel 3 Vers 3 und Feuer du sagst dort weil es wie wir zu einer Zeit selbst unvernünftig angehorsam verirrt und verschiedene Lasten und vergnügen versklopft in Leben und einschlechtet leben wir wurden verstanden und wir verstanden andere aber sonst verwendet der Gott im Heiland vom Dach zu ihm mit wo geht alle Menschen wir raten und sagst du noch ein Fall weil ich bis nach Römer 3 sage ich wir sind alle Karte kommen dort wo wir begotten seinen Sohn so dort zum Bädchen wo die Bibelkarte sagen wird wo wir sind und Nummer 1 und du so und dein Kont wenn wir die Bibelkarte betrachten was alles alles wir hauptlos wir können sagen ans Bädchen hauptnisch worum haupt ans Bädchen nisch weil es wir werden angläubig an die Früchte und schlechte Dinge zu tun sonst beten halt nisch und das hier ich sage wenn Menschen zum Blauben gekommen sind die sagen klar ich will noch immer beten aber ich kann nicht weil ich weiß wie euch ich weiß Gott nimmt mich und die Bädchen will euch so das Gebetsleben und das Gebet wir laden in Faustgruppe sein noch ein Ding was wir und das was wir sagen können viele Menschen die vorigen die Kirche aber die keine Kirche die Botschaft nicht verstehen sogar wenn sie selbst die Bibel nehmen und lesen du hast kein Leben du fängst nichts ich wollte noch einmal das Leben als ich hier leben dann sieht nach ihrem Mal durch die Bibel und ich will lesen und ich fang an zu bladern und ich habe meinen Beuer hier besitzt und ich kriegt hier und ich nehme und ich trinken und ich sah in Haaren und ich will lesen und ich will das nicht das schlug nicht an ich kann nicht verstehen das ist eine Frucht wie wir hier leben nachdem unsere Arbeit wo wir schlafen die schlafen die nicht schlafen also wir leben und wir nicht schlafen so dass wir leben so wie wir fahren dort so wir gehen alles alles ist mit Alkohol und mit Drugs oder vielleicht mit Pell. Wir können es näher sagen, vielleicht mit Zellularfone, dass das krassig gefährlich aus Drugs und Pell sind. Da fangen wir an die Dinge zu nehmen und dann sind wir dort zu fallen. Dann haben wir vielleicht einmal eine Kürze, die kommen jetzt oben durch. Dann haben wir vielleicht die Klima in der Höhe, dass wir glauben, okay, nun haben wir das geführt, nun sei weich. Nun hat ein Klima besser getrunken, nun hat ein Nerven zum Schachern, nun hat ein Nerven zum in der Höhe mit Schachern, nun hat ein Klima besser getrunken. All das kann ans Leben enden kommen. Wir glauben, nun fangen wir an Schenken zu wollen, nun haben wir die Hunde gekriegt, nun sei weich. Nun sei weich, nun sei weich, nun sei weich. Aber was wir da bloß für die gewisse Zeit, und dann rittet das Wasser auf, dann wird das Lager, dann wird das noch Lager, als das fachher wird. Wir kommen in Trubel wegen uns Geld. Uns Geld ist es sowieso vielleicht, wenn ich sage, wenn das Leben auf Schlaggekunde hat. Dann haben wir Pharma-Drogs, und mit all diesen Dingen unterdähen. Diese gibt es mit dem Fuhn. Das Fuhn kommt von mir, und da wird auch eine gute Sucht geben. Menschen kommen in Triniten an, wo die viel Geld spenden, und immer war ein Feature, ein Megastick-Zeit, und dann können sich die Bären vertiefen. Und das Geld richtig macht, so, wenn es dort kracht, das jetzt noch Schlaggekunde. Was passiert dann? Dann kommen wir nach einem Tag darauf, und dort erst, wo wir mit einem Leben kommen, wo wir veräuert, verbattert sind, mit Schaffern halten sich an, alles erst zu dir. Ansonsten, was sagt, was passiert dann? Weil mein Nubau nicht so teuer ist, dann würde ich mich schaffern, aber wenn es mir das lohnt, weil es mir lohnt, weil es ein starker Teutung macht, wenn ich das überhaupt schaffe, dann ist es ein starker Teutung macht, was ich irgendwie komme, in die größte Bärkette nennen, und das Leben erst lade ich, und wir können einfach so so unsere ganze Dose versenden und alles durchgehalten, dort erst, wo wir mit einem Leben leben können. So, dort erst, von uns auch mit einem Leben, vor dem, kann ich sagen, aber wir Christus mal beantwortet haben, und aber wir wissen, wer hier wirklich wird. Vielleicht sind wir viel in die Zeit gefahren, und wir können das wirklich nicht verstehen. So, dort erst, wo ein Nummer 1 Mensch mit einem Leben leben wird. Jetzt werden wir schauen, nur Nummer 2. Nummer 2, dann wollen wir sagen, ich habe einen Streb des Hüchnerheich, in der Schleunen, und warum hat es so Hüchnerheich gemacht? Dort erst, wo man alles in unserem Leben ändert. Diese Entscheidung für Christus ist die ganz wahrste und die ganz wertvollste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Keine Entscheidung ist so wertvoll, aus dieser Entscheidung in unserem Leben zu merken. Und das sage ich, das ist klar, und ich sage, dass wir in unserem Sinne bekannt, dann haben wir heute trühe in der Reich, in der Verkäufe uns, in der Erinnerung uns, von all unserer Eureichtigkeit. Die Frage, das haben wir vielleicht in der Kirche geführt, die hat von der Kolosse 1 und 4 Tieren, wir kriegen Vergebung, wir sagen, dass all diese Schuld, dass wir schuldig werden, der hat Christus betont für uns, uns mögt das Sein, uns mögt das Chlor, wir können das auch fangen zu leben. Ich finde, ich finde, man soll, ich finde, in dem Versaar Kapitel 1, Vers 7, 8, wo sagt es so, es steht, dass ich Jesus, der Sein Blut, verangehebt habe, sind wir losgekauft, und uns sind die Sinnen vergehebt, dass ich die große Genut, die in unserem Leben nennen kann, und aus uns die Übung für die Wahrheit aufging. So, das kann man im Moment in unserem Leben, das können verschiedene alle sagen, wie wir das erlebt haben, zusammen, und vielleicht jung, viele von uns, und von denen, wo ich sage, zwischen 15 und 25 Jahren, da hatte ich vielleicht zusammen, und aller, wo viele Menschen, diese Entscheidung, wo sie für Christus gemerkt haben, und für die Leben dauern, und wo eine solche, welche Entscheidung ist. Und wir werden noch ein Fall kicken auf, was hier so nie ist, an das Niederleben an Christus. Du fängst, wie in dieser Fremden Fall, an dieser Thessalonien, Kapitel 1, Vers 9, du sagst, dass alle wegen, seien sie uns, was für Gott, das getan hat, dass wir beginnen, sie verteilen uns, wo sie zu Gott bekehrt haben, und die jene Jäte verloten haben, und wir gehen nun, den wahren, lebenden Gott, da in dem. So, ich sehe, das ist die wichtigste Entscheidung, wie wir uns Leben treffen können, dort, wo wir uns Leben in einem Säure-Juchten hechtkunden haben. In der Post, Säure-Fanthau, wie fängt, das Mäuer steht, in Colossia, Kapitel 3, sag ich immer, dass er, trage nicht auf, was oben ist, nicht auf, was unten ist. Das fängt, wie immer, immer falsch, von das. So, ich will nicht lieb, dass ich kenne, woran wir leben, und das, nie leben, auf. Das kann verschiedene Dinge sein, also Anständen, wo wir leben, aber wenn ich mich betrachte, und viele von unseren Menschen, die wir sagen, wo wir leben, und wo wir durchgehen, dann lasse ich mich so, normalerweise, die ganz geradeste Port von den Menschen, wenn er sich einmal bekehrt, einmal die Klare, und das soll geradet sein, und das soll vergift sein, dort erst, wo die glücklich waren, dort leben, dort geht schein, und wo die eigentlichen, haben wir, und mir auch. So, hier sagt ich, und ich stet, dort beten, dort geht, so ja schein, wir sind rei, zum für unsere Menschen beten, wir haben mit Leuten, wir haben Tid, weil wir sagen, wir haben viel Hilfe, in der Haft, in der Weide, und wir sind rei, zum der Haft, wo die Taub sind, und beten, für die, dass die kinder geduldig bleiben, weil wir sind, so ja besorgt, ans Niedleven. dort geht, so ja schein, dort scheinen, dort scheinen Leben, können wir sein, dort nicht, wo ich vorhin, wir können unsere Botschaft, verstehen, wo wir ihr, sollten, und nicht können, verstehen, dort sind wir nicht mit uns, und wir hören, und wir freuen uns, wow, das wird gut sein, das, wir freuen uns, wirklich, zu alles, was wir hören, und wir lesen, selbst mit uns, und wir haben, den Krieg der Tag, erlebt, und in 2000, in Sass, hier, und sagt, mein Leben, und Christus, geben dort, und ich weiß noch, ich fuhr nur an, zum Lehrer in der Gemeinde, und ich zei, die Menschen, die sagen, vielleicht fährt, in der Botschaft, und die sind so traurig, und die sind nicht zu verstehen, und wenn ich sie, die sagen, ich kann nicht verstehen, ich weiß nicht, ich kann hier, und ich weiß noch, wenn ich mir das klaue, die will in euer, ökisch zu schlagen, über euer, wie mein Leben, wie viel Stadt, mein Leben, wie heute. So, mein Eimer ist ja, das ganze Ähnliches, nicht beleben, kriegt das, ich bin in die Früh, wie früh, mit Frieden, und Tag, und es ging das Leben, so schön, Sendag für Sendag, weil wir können, sind noch nicht so viel, geschauft, und wir sind so viel, mit mir, und wir sind noch, und mehr, schlubholen, Smarys, wir können abstuhnen, und wir können, und wir können, verstehen, ich habe alles, nein, aber wir können, und wir können, und wir können, und wir können, das Leben, machen, die ganze Mischte, beleben, das mit uns, dort, die Arbeit, die fängt, an, scheint, zu wohnen, dort schaffen, dort, jetzt, scheuen, wie sollen, mit uns, die ganze Dinge, positiv, in, 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 wirklich, in, sein, was passiert, noch, wie sollen, mit uns, dort, Alkohol, und die, Drugs, und die, Pellen, und verschiedene, andere Dinge, manchmal, die fallen, von uns, weg, die fallen, von uns, weg, wir brauchen, die nicht mehr, was passiert, danach, willst wir, all diese Dinge, nicht mehr, brauchen, tun, dann, sei, mit uns, und uns, Geld, und alles, dort, reten, mit uns, so viel, wieder, nicht, bloß, dort, wir, als, leben, vielleicht, so, wir, mit schlachten, fremden, gewachsen, oder, und Dinge, geduhen, und nun, können wir, das Geld, alle, berücksichtigen, mit unserer Familie, mit unserer Freundschaft, sein, und das ganze, ganze Leben, dort, das Säue, dort, jetzt, Säue, scheinen, weiß ich, was ich noch, nennen, kommen, das, in das, Niederleben, Nummer 2, du, habe ich, so, Säue, verwendet, und so, Säue, scheinen, gewonnen, wie, man, nicht, mit der Apostel, ich will, sein, dass wir, nicht bloß, ab und die Fäulen, aber, was ich viel befinden, da, hier, man, kann die, wer, verdommen, die, kommen, wer, ütlachen, die, kommen, wer, ütsparten, kommen, für, was, das, wir, sein, man, ich, muss, gesagt, das, immer, ihr, schuld, und, was, immer, da, alles, ist, in, das, belegen, wir, haben, so, viel, kauf, hier, man, blut, wir, nicht, mal, belägen, ans, borde, dort, nisch, wort ihr, alles, sagen, da, würde, ans, verachten, da, und, es, geht, schoinen, wie, sind, nötig, wir, haben, klar, den, hekel, verjevt, er, kauf, verjevt, ex, los, dort, dort, yet, bloß, schoinen, ihr, war, durch, seien, dort, die, bete, am, man, schoinen, mit, hekel, aber, ein, kling, mit, gehoff, was, man, eimes, lebe, man, det, nie, lebe, man, dort, so, man, eimes, dort, wahrscheinlich, man, es, vielleicht, von, an, seien, kungen, wer, der, bekiert, sich, ök, woran, so, so, seien, man, and, da, du, nie, et, leben, dort, yet, anst, as, what, and, they, bekieren, sich, weitje, and, do, as, ne, garaute, for that, and, leben, yet, so, a, showing, we, this list, fair, lingam, what, all is, an, that, or, he, as, we, nan, can, once, le, man, I'm, that, and, when, great, and, what, the best decision is in our lives, what we can do to take. Now we're going to go back to a new clean pass, now we're going to start with number three. When you want to say, here in number three, do you have a little bit off, a little bit off, and maybe a little bit off, and when you're not going to go back to a new clean pass, what happens in number three? Now we're going to look at a new clean pass. and that new life in number two has been so clear, and that for many people it is not, especially when it comes to drink, or maybe it comes to taste, or maybe it comes to watch videos, all those things like that. We have so clear that I will never do it anymore, I will be free and I will be free from that. And then we forget about the time, and then once in number three, when we do a little bit off, then we've noticed that we've been in the village. Okay? And I really found we actually had a mistake. Okay? So we didn't start bleeding because we started to be existed, we didn't do the Grab, we couldn't wash ourselves a table, we could show ourselves a blunt scoop, we could use a cigarette happens, we could lose everything, whatever we could have. We threatened ourselves by fault. And then we stepped in thought, we took another reason into their hands, because it became a design that we're certain things and realize that we were no longer happened. Nachher habe ich dort meist nicht verstehenden Begriffen, dass wir so dumm gewesen sind und dass wir das nicht getan haben. Aber die Bibel sagt uns, dass es klar ist, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, du sagst, dass es klar ist, Johannes, ich schreibe ihn, dass ich für den Sinn weich bleibe. Was meint das? Wenn ich sage, ich schreibe ihn, dass ich für den Sinn weich bleibe, das meint, dass es eine Zeit kommt, wo die Waren fallen und wo die Dinge passieren werden. Ich werde in Falsch mal lesen, dass wir klar sind, was das zu sagen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, der sagt, Liebe Kinder, ich schreibe ihn dort, dass ich für den Sinn weich bleibe. Wenn er aber dachte, wer sind denn so, dann hat Jesus Christus den Unsinn, wie Gott den Futter anstunden hat. Christus steht für uns an, was wir viele merken. Aber wenn wir so losgekommen sind von dort, dann darf uns dort ein sehr interessantes Gefallen, weil wir immer wieder nachgekommen sind. Was wir dann mit einem sagen möchten, vielleicht können wir mit einem als bester Freund, als nutzer Freund gewesen sein, mit einem sagen möchten wir, dass wir alles über uns reden, was uns nicht sterben wird. Und was passiert dann? Damals fangen wir an zu zweifeln, was geht an? Woher fange mein Leben, ist das an? Und wir haben dort so auf einem Falsch in Kolosser 3, der sagt, verdreht, gehen und einander und vergeben, weil wir eine Klärung der nächsten haben, so aus der Haare gehen vergeben haben, so mit Jürgen vergeben. Aber falls mir mal so, dann habe ich mit einem Verjährten, dass wir vergeben sollen. Wie wir in der Frau, wir vergeben sind, man muss sagen, wie wir auch noch vergeben. Und dann fängt es an, ein bisschen in Kampf und eine Abgebung zu geben. Was kommt dann nochmal ins Leben? Ansonsten haben wir schon geguckt, wie es an Mauter warst, in verschiedenen Dingen haben wir angefangen mit Mauter zu schaffen. Mit einem haben wir uns auch so vielleicht eine Schuld gemerkt, was wir uns nicht so gleich geplant haben, weil wir uns nicht so gleich geplant haben, und wahrscheinlich haben wir es mir gedacht, dass wir uns eine Schuld gemerkt haben, und wir wollten nicht ganz gleich, weil wir da wollen, dass wir uns nicht so weit wegkommen. Vielleicht ist es noch nicht was Besonderes, aber wir fangen am besten an, Gedanken zu geben. Wir machen ein bisschen mit Jürgen, und wir werden mit dem wieder sein. Was kann nachher kommen? Vielleicht kann man es mal wieder in der Gemeinde, mit Mauter zu schaffen, mit einem es mal wieder, vielleicht sind wir noch mit Problemen, und wir können das Mäste nicht verstehen, dass es uns nicht so weit weggegeben hat. Was kann nachher kommen? Vielleicht war es mal wieder an, dass unsere Kinder in der Schule nicht so gehörsam waren, und wir können vielleicht mal denken, dass wir sagen, dass unsere Kinder mit uns geplant werden. Und vielleicht ist es auch immer so, dass unsere Kinder sind, die da sind, die da sind, wenn der andere Mensch erlebt wird, die da sind, dass das besser geschaffen wird. Weil wir beginnen, zu kommen, zu kommen, zu kommen, und wir beginnen, zu kommen, Wir haben die Säulen, dass die Kenia oder Amelsterne sich in ihrem Leben so erscheinen. Aber wir haben die Säulen, dass die Familie, die ich bin, fangen an an zu hören und aufzukommen und wir kriegen eine große Besorgung über dort. So kann dort mehr und mehr Dinge sein, wie man es dort aufzukommen kann. Dann hat man das Gefühl, dass man mit ihm so nachher geht, dann wird er auf, dann wird er auf, dann wird er auf, dann wird er auf, dann wird er auf und dann fangen wir an zu hören. Was passiert dann? Wir beginnen mit etwas zu streichen. Dann haben wir uns gesagt, komm, wo kommen wir wieder? Dann haben wir vielleicht schon alle Fragen, haben wir immer noch ein oder zwei Minuten aufgefangen. Aber wir hören uns an den Redner, wo die Säulen streng und Säulen klar wurde. Dann haben wir uns gesagt, dass die Maut in die Hübsen hecht. Und wir haben Maut geführt durch die Aufentwicklung oder durch irgendeine Botschaft, die wir hier haben. Und wir sind sehr nötig. Aber dort geht man von Stützchen, wie das ist dort. Und dann fängt er vielleicht an aufzukommen. Woran? Weil wir mit ihm anfangen, wir waren an zu denken an die Schuld. Und vielleicht haben wir auch vergeben, weil er uns dumm gesagt hat, weil er uns über uns geredet hat. Aber dann mit ihm fällt es, das war er bei. Dann fangen wir an dort zu denken. Und wir fangen ein bisschen an die Bände zu spinnen. Und wir fangen uns ein bisschen an die Gedanken zu merken. Und dann wird er erst aufhangen. Dort ist Nummer 3. Jetzt wollen wir uns nach einem kleinen Bände und nach einer Feier bekehren. Wir wollen eine Feier nehmen. So, die Zeit vergeht. Und es kann vielleicht noch eine lange Zeit sein. Das war ich immer so, dass ich mein eigenes Leben habe. und ich sage das auch mit anderen Menschen. Vielleicht nur in der Bekehrung, vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre, vielleicht auch 30 Jahre sein. Da mit ihm ist alles zufrieden, von wie alles war es. Es wird nicht vergehen. Ich denke, das ist vielleicht eine Gebäderfrau für mich oder so, was da steht. Aber nein, ich kann auch selbst. Ich kenne mich nur am nächsten Tag, du wirst, was ich kann. Und wenn wir eine Gebäderfrau aufhören, etwas war, mit uns ist das nicht ganz wichtig. Und Nummer 2. Wie uns ist das wichtig, wenn wir eine Gebäderfrau gefragt haben, für jemanden oder für jemanden. Da wir heute schon beten. Und hier mit uns dann, wir sind ein bisschen menschlich. Wir denken, also nicht aufhören. Sie haben heute aufhören. Dann drüben wir die Gebäderfrau. Und das fahr��니다. Und wir fangen mit uns an zu schauen. Wir gingen sagen, wir fangen an und ab hier, mit einem Tier zu führen. Ja, wir fangen an. Alle sind nach der Tier, mit einem dann. Es war ein trockenes Tag, aber wir waren nächsten Jahr nach vorne. Dann fangen wir uns noch an Tisch zu bleiben, vor allem in die Kirche. In der nächsten Zeit werden wir uns noch etwas machen. Dann werden wir noch in die Kirche warten. Über die Kirche fangen wir an zu werden. Was kommt die Kirche noch an? In der Kirche haben wir gesagt, dass die Kirche und die Bibel lesen. Wir können es verstehen. In der Kirche haben wir noch ein paar Dinge erlebt. Wir haben vielleicht noch ein bisschen Schuld gekriegt. Wir fangen dort an zu schaufen. Wir waren reich gekommen dort. Darum ist es nicht ganz wichtig, wenn ich die Bibel lesen darf. Wir waren mit der Kirche warten. Wir waren sowas. Wenn ich sowas habe, dann habe ich nicht mehr gemacht. Ich war smart. Smart ist, wenn ich so war. Ich war geschauft und ich war ein bisschen länger schlafen. Und so verblüfft ich wieder mit dem morgenschen Tag. Und wir fangen an nur zu lösen, mit der Kirche zu lesen. Und wenn wir die Kirche nur noch lesen, dann sind wir so böse. Dann nehmen wir bloß fünf, drei, fünf Jahre. Und wenn wir lesen, dann fangen wir nach Mass. Okay, wenn wir nur über das mal lesen. Dann würde ich mir bitte behaupten. Und dann sagt die Bibel zu. Und dann sage ich, war ich voll entschaufen. Wir haben die Bibel. Wir haben das hier auf der 24. Dann sind wir wieder gekommen. Und dann sag ich, war ich wieder Freunde. Und dann sag ich, wir fangen an mit dem Sinn und den Grillen zu gehen. Warum, nicht? Niemand, dass dich wieder aufzuschauen, und die werden zu sein. Dort geht hoch, dort geht hoch, dort geht hoch. Dort geht hoch. Das ist für viele Menschen die denken, okay. Dann fangen wir mit dem Schwert zu gehen und so weiter. Einmal würde ein Beuer trinken, der würde mit dem Nachschub zu bitten gehen. Dann trinken wir ein Beuer. Ein Mensch würde die Pläne sehen, wenn wir die Videos gucken. Dann fangen wir mit dem Schub an. Dann fangen wir mit dem Sinn an den Rühmten zu geben. Dann fangen wir mit dem zu tun. Nachdem wir uns nicht frei fahren, wir fahren uns verpflichtet und das Leben nicht mehr schalten. Dann fangen wir mit dem, den Menschen an den Schlag zu bekommen. Wir fangen an den Schlag. In diesem Moment fangen wir mit dem Schlag zu beginnen und wir können sie nicht mehr vergeben. So können wir es wieder langsamer und glaube weiter. Jetzt habe ich es in der Uhr, Ich habe gesagt, dass wir an das Leben, an das anbekehrte Leben, wo wir an alle schlechten Leben leben. Wir sind wieder aufgekommen, weil wir sagen, dass der Schwarzrand in der Räule, was das Taubkunde in der Metzschild lebt. Dort kann uns wirklich merken, wie es so anfängt und wie es so anfängt. Satan hat uns das Geld gegeben. Was muss ich tun? Das ist die Frage hier noch. Satan ist so stark und er versucht mir, dass wir nicht stehen bleiben und er fängt weiter an den Schlechtenden anzukommen und er fängt an den Sinn anzukommen. Dann gibt es hier ein großes Problem und wir geben dem Satan wirklich sehr viel Kredit, wo wir weiter aufhangen anzukommen. Ich weiß nicht, wo du von dir stehen. Ich weiß, wo du. Ich weiß nicht, wo du das machst. Ich weiß nicht, wo du das machst. Ich weiß nicht, dass wir nicht in der Metz. Aber ich habe uns da alle neu gemacht. In diesem Leben ist es keiner ausgeblieben. Wir können nur prüfen, wo ich lebe. Sei ich in Nummer 1? Sei ich in Nummer 2? Sei ich in Nummer 3? Sei ich in Nummer 4? Was geht bei Nummer 4? Wer muss es nicht in Nummer 4? Wer muss nicht aufhangen? Ich weiß nicht. Du kommst mir hin und kommst nicht mehr zurück. Aber als wir schauen, dass wir Trapen sehen. Was wir tun, wirst wir bei uns sagen. Wir fangen mit meinen Tränen an unseren Lebensstarten zu. Und wenn man das anfängt, dass einen einen kleinen Tipp zu posten. das war auch ein Klimaat gelesen, das ist ein Klima zu sehen, das wir befinden in einem Haus als Erlebn, wie wir alle haben gesagt, alles hilft nicht ernst, das wir beten nicht ernst, dann müssen wir uns alle abbekommen. Das waren alle kaputt, und das waren alle zu beurteilen, und das waren alle zu glauben, Das ist die Wahrheit. Und hier ist es mir sehr wichtig, wenn wir die Kinder sind und immer die Feier der Kinder sind, dass wir uns durch die Gedanken merken, was wir in unserem Christenleben tun sollen. Mir ist das so schön, und ich sage das heute und heute, dass Menschen selbstverständlich sind, die Menschen in der Kirche sind und in der Kirche sind. Und dann drehen wir uns das Leben. Das ist das, was wir sagen. Wir wollen zwei Herren. Wir wollen so tun und Gott tun. Das ist das, was wir sagen. Wir wollen nicht, und wenn wir dort hinein gekommen sind, dann fällt es sich an, dass wir das Leben erschaffen sind. Wir wollen nicht so tun, aber wir können Gott nicht. Dann drehen wir uns das Leben an. So, was wollen wir dann machen, weil wir uns dort hinein gekommen sind? Wir wollen uns in der Kirche wieder beachten. Ich will uns nachdenken, ein kleines Pästchen machen, dann holt mich auf die Türmeier. So, die Bibel sagt, unser Leben ist ein Glauben. Die Bibel sagt, unser Leben wird ein Kampf sein. Das ist das, was wir in der Kirche haben. Das ist ein größer Kampf für einander kommen. Aber wenn wir uns nachdenken, wer das alle erlebt hat, werden wir verstehen. Wir haben uns nachdenken, ein Nummer 2. Wenn wir uns nachdenken, ein Nummer 2 leben, was bedeutet das? Wenn wir uns nachdenken, ein Nummer 2 leben, dann wie wir glücklich, uns ging das Leben wirklich sehr schön. Wie wir in der Kirche beten, wie wir in der Kirche, was immer das fehlen bedeutet, dass die Kirche vorhin geschahen, dass die Bibel lesen wird, und wenn wir uns nachdenken, wir können nicht mehr beleidigen. Wenn wir nachdenken, wenn wir nachdenken, wenn wir nachdenken, dass die Bibel sagt, wir sind nicht, und das ist falsch, und wir sind klar, und wir werden das Leben scheuen. Was ich habe gesagt, dass wir irgendwann waren, und wir werden die Kirche in der Kirche geben, und wir werden uns nicht mehr denken, wo geht uns das mal, und unsere größte Freiheit, und wir werden die Kirche in der Kirche geben. Und ich glaube, wir werden alle sagen, uns ging das durchschauen, und ich will das Wahrheit gleich in der Hand kriegen. Weil die Sache ist, wir können das durchschauen. Ich will ein wenig abpassen, dass man nicht mal so, wie die Kirche in der Kirche gekommen ist, dass die Kirche in der Kirche gefallen ist, und das Glauben ist nicht gefallen, das ist das Glauben, ja. Aber mit dem Glauben haben wir das in diese Dinge gebraucht, und Nummer 2, dass wir gesungen haben, und wir können weiter weg merken. So, was haben wir dann gemacht? Und auf dem Baaren 2-Fahrsfeier, du sagst, das ist das, und das ist fertig, und es wurde viel gebrückt. Auf dem Baaren 2-Fahrsfeier, du sagst, das ist das, das ist das, aber ich habe das gegen dich, dass du von den ersten Leuten aufgekommen bist. Meinst du, was wir das Leben getan haben? Wir sind von den ersten Leuten, wo Christus uns so gerne abhalten darf, wo wir mit denen taubt können sein. Von den Leuten sind wir nicht aufgekommen, und wir haben angefangen, Satan von der Kirche zu geben. Weil wir träumen in diesen ersten Leuten, wo wir mit Christus diese Entscheidung treffen können, und wo wir auch mit dieser Freude leben können. und wir haben das, wo wir uns wirklich scheinbar haben. Was braucht das dann dazu? Drei Uhr anzukommen? Wahrscheinlich braucht es vielleicht die Buse zu tun. Wir beginnen mit dem Hebräer 2-Fahrsfeier, Vers 12 und 13 und 14, wo wir sagen, dass das ist das. Merken also, jene Mäude hängen, und jene Flüte knäuen war er stark. Merken, sächere Schräg, und jene Flüte, dort China, aus ein Luma, Harnstauber, oder Läuber, gesündet wird. Dort alles, was wir kennen, mit allen Menschen, in Frieden zu leben, und streift nur der Heldung, woran China, den Herrn, so ein Wort. So, was wir gekickt haben, hier ist, wo wir an den Säuren fährt, und an den Bänden gewaßen, und hier sind wir Mäude geworden. Was sind das zu tun? Wir sollen die Knochen, wo die Schwark werden, die sollen wir starken, und wir sollen uns hellen. So, hier werden können Säure leicht sein, wo wir meinen, wo wir vielleicht mit dem Bus sind, und wo dann? Vielleicht haben wir irgendwo vor, Plätsch, schleichen die Videos, und Bilder gekickt, wo dann Säure gegen die Tür gewaßen, und die Kinder verlegen. Das kann doch sein, dass wir Säure beleidigt und verbattert, und da braucht eine Busse. Vielleicht wird sich geschätzt besuchen, wo Plätsch, die Kinder sind, und da braucht eine Busse. So, du magst, wo wir mit dem Säuren spinnen, aber du magst, es ist mir wichtig, dass wir kicken, du sagst, merke also, die Mäude hängen, und flotige Knochen war da stark. Wir haben sicherlich gesagt, mit den Fällen, dass die Kinder aus einer Luhmung in die Hand stoppen, und dass die Leute gesund werden. Also, wenn wir die Mäude wissen, dass sie gesund werden, dass wir euren werden. Und dann kann die Busse sagen, dass wir uns ein Problem haben. Wenn dort ein Spatuch kommt, wie wir im Säuren noch waren, in unserem Nicht-Christen-Leben anfangen, Busse zu machen. Und dann, wenn wir uns dann sagen, ich kann doch mal so klar, ich würde niemals mal nachher kommen. Nun soll ich vielleicht noch in meinem Bruder vielleicht fahren, und stellen mit dem, was ich trage, und das fällt dann schwer. Und bei der dritte war ich, was wir sollen dann. Dann, also, wir tun es in Vers 14, da wird alles, was wir kennen, mit allen Menschen in Frieden leben. Und streift nur die Heilung, woran keiner den Herrn singen wird. Und diese Heilung, diese Rindung, die Brücke, wie in dir, alle drei Nummern. Die Brücke, die Brücke, wie in der Bekehrung, ganz klar. Aber hier, an der nie lebenden Brücke, wie in dieser Heilung, und dort fällt ans Pferd ein Schwer, diese Heilung, die wir nicht mehr leben wollen. Wir haben noch ein paar Fragen zum letzten mitgenommen, mit dem 1. Johannes. Den muss ich nicht mitgeben, in dem Haus. 1. Johannes Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel 3, 1. 7. Dose sagt, das ist das. Zeit wird der Führer uns mit dem Leube-Wesen haben, dass wir Gott die Kinder generiert werden und wir sind wirklich. Der Welt kann uns nicht, weil unsere Tokle nicht f leften. Vers 2 sei. Lager, Freund, wir sind auch Gott die Kinder, dort ist aber noch nicht frem gross dazu gekommen. Wollt wird nicht sein zu sein, aber sind von einmal dass wir We Belle kommt davon ein ganz kl further Baba. dass ich keine Sicherheit in meinem Leben habe. Ich habe ein Kind Gottes, das ist nicht so, ich habe ein Kind Gottes. Ich will nur noch einmal etwas sagen, das kann ich nicht begreifen und verstehen, aber es ist okay und ich habe ein Kind Gottes. Dann sage ich in Vers 3, und jeder, der sich in den Hüben hat Christus, sagt, was die Ukraine so auch aus Heuren ist. So, unterstehend, wie die Bibel sagt, dass wir so hellig sein so aus Gott hellig ist. Und dann denken wir, wenn man nicht muss, man kann man ganz denken, wo soll ich sein? Wie kann man heilig sein, so aus Gott hellig ist? Wo sagt hier ein Kind, der sich in den Hüben hat Christus, sagt, was ich erheben soll, was Heuren ist. Dann sage ich in Vers 4, und ich sage, klar, wer sündigt, der erreicht, will sündig, dass ich verschuldige gegen Gottes Gebäude. Du sollst in uns Christen leben, haben nur nicht nur einen Sinn in uns Leben rühren. Die soll niemand in uns Leben rühren. Und in Vers 5, sage ich, dass wer sündig, der erreicht, will sündig, dass ich verschuldige gegen Gottes Gebäude. Du bist in uns wie diese Heilung und du bist in uns wie diese Böse. Dann in Vers 5, sage ich, aber du bist ja fast, dass erholt mich. Dann sage ich, dass die Wolken, dass Christus gekommen ist, den Sinn in Weich zu nehmen und den Arm erst keine Sinn. So, du kriegst keinem Christus, weil wir uns verstanden, weil wir uns verfehlen, und du bist in den Arm geholt, in den Betrachtstalln und mit unseren Mitmenschen. Dann sage ich, first das, wer mit Christus verbunden ist, wird nicht in den Sinn leben, wer in den Sinn lebt, auf Armut nicht gesungen und nicht gekannt. So, du schaust erst, was wir in den Sinn leben, mag wieder tun so. Und Nummer 1, du lebe in den Sinn, wir haben den Sinn gelehrt, wir lebe nicht mehr in den Sinn, weil wir uns verstanden haben, dann gehen wir in den Arm und wir staunen die Dinge weiterentwickeln. Dann sage ich, Vers 7, lebe ich in den Sinn ja, lüte ich in den Sinn, in den weichen Reich aufbringen, während Reich der Däde es gereicht, so als Christus gereicht ist. So, ich werde dir diese Hüpfung geben. Hier sage ich, lüte ich in den Sinn, in den weichen Reich aufbringen. Lüte ich nicht, in den weichen Reich aufbringen, wenn Satan nicht anbinden will, denn ich habe euch gemerkt, denn hier mag es nicht mehr Hüpfung, dass die diesen Kreden angeben, dass die waren drei hier nur das alte Leben kommen. Du sagst hier, von Rüte kommen, du willst nicht mehr bei einem Leben, so, dann wäre es gereicht, und es gereicht erst, ob wir diese Busse daunen, dann wäre es gleich, dass wir diese Vergnügen haben. Diese drei waren hier nur Nummer zwei, wo wir diese erste Läufe von Christus kriegen. Hier, wo wir diese erste Läufe von Christus hatten, hier haben wir diese Sicherheit. Hier können die Menschen, die waren zu sparten, die können die waren zu lachen, die können verschiedene Dinge kommen, und das war alles nicht. So, wir wollen die drei durchgehen, und das Leben können, wirklich so schreien. wo wir das machen wollen. So, ich wollte nicht fahren, wir gehen das jetzt, und ich sehe, ich habe uns die Ola nachgemacht, und das kann nicht geblieben. Und dort sind die Ola, die sind die Ola, durch 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 die Ola, ich will das sicher, und schreien, die Ola, oder wenn wir in der erste Ola, aufkommen, dann beginnen wir uns oft die Ola我们 in der Zwischenzeit machen, und ich will uns von der Büsse melden. Weil wir diese Heilsung, diese Errünung, diese Bussfahrt, die wir brauchen, weil wir das leben, weil wir uns nicht schämen, weil wir immer ans Leben in Ordnung stellen, und wir können drei Daten, Nummer zwei kommen, wo wir diese gesehene Zeit mit alles waren. So, ich will jetzt noch etwas dazu geben. Und was ich möchte sagen, ich weiß nicht. Ich habe diese Klasse ein Teil von meinem Leben gemerkt. Warum? Weil das war ein Salz in meinem Beleid. Und wenn ich mit vielen Erfahrungen mit Menschen sage, dann sage ich mir etwas, was ich schaffe. Die Umstände können ein bisschen verschieden sein, aber im Grunde genommen haben wir das erste Bild, was unser Leben geschaffen wird. Ich hoffe, diese Klasse habe ich von der Welt gemerkt, dass wir abzunehmen, weil wir vielleicht mit uns denken an das Christenleben, da fängt ein bisschen rauf zu kommen, da ist ein bisschen leer geworden. Und wir haben doch nicht mehr viel Sicherheit, weil wir schauen, wo wir drei hängen gehen. Was ist unsere Lösung? Dass wir wirklich mit Maut und mit Frieden in unserer Umgebung, in unserer Gemeinde, wo immer wir sind, dass wir uns das Licht dachten können. Wir fangen in der Ferne an, und Matthäus 5 saßt hier, und du sagst, das sei klar, so laut, da ging Licht, weil die Menschen schienen, dass sie jene Gäude waren, und die Führer im Himmel verloben waren. Weil die Welt, die seht nur das. Und wie kann ein Pott von das sein. Aber ich brauche noch abzuposten, dass wir nicht mit uns im Übrigen, wo Satan der Krieg bei der GF haben, dort das Licht, man war da ganz nah, dass es geschehen ist. Und dann hat es geschehen, dass er ihm nicht fehlt, zu sein. Und dann hat er ein Wort, wach zu merken, mit rein zu merken, dass er dachten kann. Dort war das nicht so, was man wünschen kann. So, wir werden auch zu beten. Dankeschön, Herr Jesus. Ich danke dir ganz besonders für das in Ordnung. Ich danke dir für den Teumaster, das wir bekämpfen können. Und Herr, wir wollten, wir haben diese Dinge sehr verschieden erlebt, und wir sind vielleicht in sehr verschiedene Nummer, bei der GF haben, wo es krank wird, wo es uns fehlt, wo es uns fehlt, um mautig zu sein, und klarer zu kreieren. Und all die, wo diese Maut in dieser Klauhr erleben haben, schenken Sie, dass Sie die Maut bleiben können. Sie finden die Kraft, in der Maut, da oben zu bleiben. Dass Sie nicht dürfen, aus dem Glück, der Versichung nachkommen. Und dann hat er gesagt, dass Sie wahrscheinlich nichts mehr ablehnen, als wir wollen, zu drehen haben. Ich freue mich an diesem Abend, du möchtest ihn sehen, dieser Klauhr wirklich sehen, und der könnte uns zu der Haupt sein, und wir können uns finden, wo wir wollen, und du möchtest die Lösung für uns, Dinge finden, wo wir uns beiden befinden, Herr. Ich danke für alles, was du tun hast, und was du noch einmal das haben, Herr. In Jesus' Namen. Amen. Im Fenstergruft erlag, Jesus, mein Heiland, Komm, o Verstehungstag, Jesus, mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tod der Sicht, der Herr erwebt. Jesus lebt, erzielt ihm nicht des Grabes nacht, denn der lebensgrößt bezwangtes Todes macht. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Siegelt nur zu den Stein, Jesus, mein Heiland, schließt euren König ein, Jesus, mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tod der Sicht, der Herr erwebt. Jesus lebt, erzielt ihm nicht des Grabes nacht, denn der lebensgrößt bezwangtes Todes macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Tod gib dein Opfer, Herr, Jesus, mein Heiland, dich auch bezwingt, der Herr, Jesus, mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tod der Sicht, der Herr erwebt. Jesus lebt, erzielt ihm nicht des Grabes nacht, denn der lebensgrößt bezwangtes Todes macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt,